Lassen Sie uns jetzt über Trinity sprechen. Die Ares Trinity ist das einzigartige Konzept von Grebat, welches CAD auf dem Desktop, auf mobilen Geräten und in der Cloud kombiniert. Mit mehr als nur drei Einzelprodukten ist es ein Ökosystem, das zum Ziel hat, die Zusammenarbeit über die verschiedenen Plattformen zu verbessern und dadurch Projekte schneller fertigzustellen. Je nach den Bedürfnissen der einzelnen Anwender können diese drei Produkte gemeinsam erworben werden in einer Trinity Lizenz oder auch einzeln. Heute freue ich mich, Ihnen zwei neue Lizenzierungsoptionen vorstellen zu können. 1. Das Mobility Pack. Diese Lizenz kombiniert Ares Kudo und Ares Touch für ein und denselben Anwender. Das ist eine perfekte Kombination für Mitarbeiter, Berater und Manager, die selbst keine komplexen Zeichnungen erstellen müssen, sondern sie hauptsächlich zum Prüfen und Kommentieren öffnen werden. Das kann zum Beispiel ein Techniker sein, der Zeichnungen zur Durchführung von Wartungsarbeiten benötigt oder ein Teamleiter auf einer Baustelle. Mit dem Mobility Pack können Sie die Zeichnungen nicht nur ansehen, sondern auch Änderungen vornehmen. Zudem stehen die Zusammenarbeitsfunktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel das Einfügen eines Sprachkommentars für das Team oder ein vom Mobiltelefon aufgenommenes Foto, welches an die Zeichnung gehängt wird. Der zweite neue Lizenztyp ist die Flex Cloud Lizenz, die noch vor dem Sommer herausgegeben wird. Sie kennen bereits die Flex Netzwerk Lizenz, die als unbefristete und auch als jährliche Lizenz von Grebat angeboten wird. Wir werden diese Lizenzen weiterhin anbieten und fügen nun zusätzlich die Flex Cloud Lizenz hinzu. Diese neue Flex Cloud Lizenz ermöglicht es den Kunden nicht nur den ARES Commander, sondern das komplette ARES Trinity inklusive ARES Commander, Touch und KUDO dynamisch zu notchen. Bei herkömmlichen Netzwerklizenzen befindet sich der Lizenzserver im lokalen Netzwerk. Das bedeutet, dass sich alle Anwender in demselben Gebäude befinden oder Zugriff auf diesen lokalen Server haben müssen. Bei der neuen Flex Cloud Lizenz hingegen befindet sich die Lizenzverwaltung in der Cloud. Es spielt keine Rolle mehr, ob die Anwender im Büro sind, im Homeoffice oder gar in einem anderen Land. Jeder Anwender, der eines der drei Produkte öffnet, verwendet eine Trinity Lizenz aus dem Pool. Wenn ein Anwender länger als 60 Minuten inaktiv bleibt, wird die Lizenz automatisch zurückgegeben, damit sie für andere Anwender wieder verfügbar ist. Mit anderen Worten, die Flex Cloud Lizenz ist die moderne Weiterentwicklung der Netzwerklizenz. Wir werden weiterhin beides anbieten. Warum tun wir das? Wir sehen es als entscheidenden Vorteil von ARES an, unseren Kunden auch zukünftig die Entscheidung zwischen Kauflizenzen, Jahreslizenzen und Netzwerklizenzen, also die freie Lizenzwahl zu ermöglichen. Ein zweiter Punkt, der ebenfalls die Lizenzierung betrifft, ist der neue Social Login. Wenn Sie eine Gräberlizenz aktivieren, werden Sie aufgefordert, ein Login mit E-Mail und Passwort zu erstellen. Diese Zugangsdaten ermöglichen es Ihnen, Ihre Lizenz auf verschiedenen Geräten zu nutzen. Jetzt können Sie zwei zusätzliche Schallflächen sehen, um sich stattdessen mit Google oder Apple Konto zu authentifizieren. Der Social Login ist für alle ARES-Anwender verfügbar. Zusätzliche Single Sign-On-Optionen, wie zum Beispiel das Microsoft Login, sind für Enterprise-Kunden verfügbar. Und nun möchten wir einige neue Features hervorheben. Starten wir mit den Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Die Dialoge zum Öffnen, Speichern und Freigeben von Dateien in der Cloud wurden verbessert, um einen besseren Arbeitsablauf für Dateien in der Cloud zu gewährleisten. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.